Schaut euch das mal an. Ist das geil oder ist das geil oder ist etwa das geil? Hallo Freunde, schön, dass ihr dabei seid. Jumbo's Grillorama ist angesagt. Heute mache ich was ganz Besonderes. Heute geht es um das Flanksteak. In Deutschland wird das Fleisch des Flanksteaks eigentlich eher für Hackfleisch oder für Gulasch zusammengeschnitten. Aber schaut euch mal diesen schönen Lappen an hier. Das ist ein Flanksteak, ein Bauchlappen. Und daraus machen wir uns einen schönen Flanksteak-Burger und zwar mediterrane Art. Alles was ich dafür brauche ist Brot, italienischen Taleggio, Mandeln, Pancetta, getrocknete Tomaten, Gewürze, Parmesan und Pesto. Und ab geht die Luzi. Wir fangen an. Wir haben uns das Flanksteak schön in der Mitte auseinander geschnitten und dann einfach schön großzügig mal ein bisschen Barbecue-Gewürz. Barbecue-Soße. Und das Ganze wird jetzt schön einfach sorgfältig mit dem Pinsel verteilt, dass überall von der guten Soße etwas am Fleisch ist. Wenn die Soße so schön in das Fleisch einzieht, brauchen wir noch eine Schicht obendrauf. Pancetta, italienischen geräucherten Speck. Einfach nur ein, zwei Streifchen schön in die Mitte und noch einen Streifen. Freunde, und mein Flanksteak, das ist wie Rocky Balboa, quasi eine amerikanisch-italienische Koproduktion, kommt jetzt noch auf den Pancetta schön Pesto. Basilikum mit Olivenöl. Und das Ganze wie die Barbecue-Soße einfach schön verteilen. Ich benutze grünes Pesto, aber wenn euch Basilikum ein bisschen zu geschmacksintensiv ist, könnt ihr auch rotes Pesto benutzen. Das wird aus getrockneten Tomaten gemacht. Pesto ist eigentlich eine Würzpaste, die mit Nudeln serviert wird. In dem Fall Basilikum, Pinienkerne, italienischer Käse und Olivenöl. Zu meinen Flanksteaks passt das perfekt. Immer drei Finger, nichts belegen. Das muss frei bleiben. Warum? Das werde ich euch gleich zeigen. Wir haben Gewürz, Barbecue-Soße, Pesto. Als nächstes Mandeln. Wir machen das schön nussig. Und was darf bei einem italienischen Gericht nie fehlen? Pomodoro. Tomaten. Und ich nehme einfach getrocknete Tomaten her. Da könnt ihr getrocknete Tomaten in Öl nehmen, wie ich. Oder direkt getrocknete Tomaten ohne Öl. Ist egal. Wir brauchen den geilen, fruchtigen, süßen Geschmack der italienischen Tomate. Habt ihr gesehen? Hier vorne immer drei Finger Platz. Werdet ihr gleich merken, warum. Als nächstes Parmesanflocken. Das schaut super aus. Und um das Trio perfekt zu machen, frischer Basilikum. Sind alle italienischen Zutaten auf dem Flanksteak, kommt jetzt die knifflige Angelegenheit. Jetzt rollen wir das Ganze vorsichtig ein. Und zwar erstmal so ein bisschen drüber schlagen, einklemmen und dann langsam rollen. Und jetzt seht ihr, so langsam schiebt es ein bisschen von der Masse nach vorne und jetzt wird die Seite auch schön belegt. Und dann rollen wir das Ding zusammen und heben es auf das Küchengang. Und jetzt eins nach dem anderen zu binden. Na, komm her. Und weil jetzt überall bei den Knoten noch die Enden von den Schnüren wegstehen, schneide ich die ganz einfach mit der Schere ab. Schaut schon nicht schlecht aus, aber es fehlt noch was. Die Würze. Außenrum. Mh. Und das wandert jetzt auf den Grill bei knappen 200 Grad für eine Minute ringsrum. Und jetzt wird gepierst. Eins. Zwei. Jetzt werden wir das Ding schön zerschneiden. Oh, das Messer flutscht schon so schön da durch. Schaut euch das mal an. Ist das geil oder ist das geil oder ist etwa das geil? Davon werde ich jetzt schöne Scheiben runterschneiden und die wandern dann auf dieser Seite für circa acht Minuten bei selber Temperatur zurück auf den Grill. Einmal auf einer Seite, vier Minuten auf der anderen Seite. Und jetzt wird geschlachtet, Freunde. Und jetzt wird das Ding schön zerschneiden. Und alles was ich will, ist Brot auf dem Grill. Und damit quasi die Brötchen innen drin auch richtig lecker sind und knusprig, habe ich sie auf der Innenseite mit dem Rest vom Pesto eingeschmiert. Schaut mal her. Und jetzt kommt auf jeweils eine Hälfte von dem Brötchen zwei Scheiben Taleggio Käse. Schöner italienischer Weichkäse. Ein bisschen wie Camembert, aber einfach ein bisschen würziger. Und der kommt jetzt aufs Brötchen. Zwei Scheiben. So, jetzt schön ein bisschen Lollobianco drauf. Dann nehmen wir eine Rolle runter und jetzt weiter. Und jetzt einfach so halten. Und einmal schön in der Mitte durchschneiden. Da sind meine Flanksteak Italian Burger, Freunde. Und ich bin jetzt schon ganz verliebt in die Jungs aus so einer Rolle. Da gehen mindestens fünf raus. Also entweder ihr habt riesengroßen Hunger oder ihr ladet euch noch vier Freunde ein. Und wenn ihr weiterhin zuschaut, dann passt auf. Es kommen jede Menge geile Barbecue-Rezepte hier auf dem Kanal. Bis zum nächsten Mal.